Jo meine Leute, herzlich willkommen zum 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison Los geht's alle Freitagsspieler live auf der Zone in der Sportschau im Radio und alle Samstagsspieler live auf Sky und in der Sportschau im Radio. Heute um 20.30 Uhr live auf der Zone und in der Sportschau im Radio. Der 1. FC Köln schlägt Hertha BSC Berlin mit 3 zu 1. Dann morgen um 15.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga und in der Sportschau im Radio. 1. FC Union Berlin unterliegt FC Freiburg mit 1 zu 4. Dann Eintracht Frankfurt schlägt knapp FSV Mainz nur 5, 3 zu 2. Dann VfL Bochum unterliegt FC Hoxburg 2 zu 4. VfL Wolfsburg gewinnt 3 zu 1 gegen TSG 1899 Hoffenheim. Dann der FC Bayern München gegen den FC Schalke 0-4. Das Ganze geht 5 zu 1 aus für den FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch! Dann um 18.30 Uhr das Tipico Top Spiel der Woche live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga, UHD HDR, Sky Sport Top Event und in der Sportschau im Radio. Das der Borussiaklassiker Borussia Dortmund gegen Borussia München Gladbach. Das Ganze geht 2 zu 3 aus für Borussia München Gladbach. Herzlichen Glückwunsch! Und übermorgen um 15.30 Uhr live auf der Zone und in der Sportschau im Radio. VfB Stuttgart unterliegt Bayern Neufee Leverkusen 1 zu 3. Und um 17.30 Uhr RB Leipzig gewinnt knapp gegen Werder Bremen mit 3 zu 2. So das was vom 32. Spieltag mit den Predictions der Fußball Bundesliga. Saison 20, 22, 23. So wenn auch das Video gefallen hat, lass ein Dornchen nach oben da. Vergiss kein Obo. Vergiss kein Obo, daneben ist das Glöckchen, das nicht vergessen wird. Bis dann! Bis dann! Gut! Kik! Ciao! 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 Ciao!